Wir waren viel unterwegs, haben viel gesehen, gelernt und Kontakte geknüpft. Nach drei langen Jahren kommt Big City Beats wieder zurück nach Hause und vereint grenzenlosen Unternehmergeist mit sportlichem Ehrgeiz. Nach dem Big City Beats World Club Dome The Las Vegas Edition in diesem Sommer und dem geglückten Versuch, die Welt für einen Abend durch Kulinarik, Entertainment und Wissenschaft zu vereinen, im größten Club der Welt mit der internationalen Raumstation ISS, feiert CEO Bernd Breiter in diesem Jahr mit Ihnen persönlich die Black Tie Edition. Die Rauschende Ballnacht auf dem Sportpresseball 2022 in unserer Heimatstadt Frankfurt am Main. Big City Beats World Club Dome The Black Tie Edition am 5. November ab 0.30 Uhr auf dem Deutschen Sportpresseball in der Altenoper Frankfurt. Mit Paul Lomax und Ihnen.